Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr passiv Geld mit eurer SMS-Flatrate verdienen könnt. Ja, das war ein wirklich sehr, sehr oft angefragtes Thema. Wie kann ich eigentlich Geld mit meiner SMS-Flatrate verdienen? Einige Leute haben dann auch schon angefangen, über diverse Seiten zu diskutieren. Ich habe das Ganze jetzt mal in einem Video aufgenommen. Ich zeige euch mal so die bekanntesten Seiten und gebe euch auch meine Meinung dazu und was da vielleicht auch so für Gefahren lauern. Also ihr bekommt einfach mal ein vollständiges Video zu dieser ganzen Thematik. Am Ende des Videos müsst ihr natürlich selbst entscheiden, ob es euch das wert ist, um das jetzt zu nutzen. Oder ob ihr sagt, für das bisschen Geld will ich vielleicht das Risiko gar nicht eingehen. Aber mehr dazu seht ihr heute in diesem Video. Ich möchte jetzt gerne noch auf die Jumpcoin-Aktion hinweisen. Postet wie immer gerne eure Jumpcoin-Adressen in die Kommentare. Und ihr erhaltet ein Jumpcoin bis zur nächsten Woche. Außerdem schaut auch gerne in die Beschreibung. Da findet ihr einen Link zu meinem Library-Channel. Die dezentrale YouTube-Alternative. Abonniert mich auch gerne dort. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt ins Thema rein. So, wir werden uns heute ganze drei Anbieter anschauen, wo man SMSen benutzen kann, um damit Geld zu verdienen. Es sind insgesamt zwei unterschiedliche Konzepte. Nämlich einmal die SMS-Flatrate zu benutzen, um wirklich auch aktiv SMSen zu versenden. Nicht, dass ihr die selbst versenden müsstet. Aber über eure Flatrate werden dann SMSen versendet. Und das andere Konzept ist das Empfangen von SMS-Nachrichten. Ja, also dafür braucht ihr nicht mal eine Flatrate, sondern einfach nur eine SIM-Karte mit einer Mobilfunknummer. Ja, was sind die genauen Konzepte? Wir sind jetzt hier erstmal bei dem ersten Konzept, was ich erwähnt habe, was auch im Videotitel steht. Wir verdienen hier Geld mit dem automatisierten Versenden von SMSen über unsere Flatrate. Ja, es funktioniert erstmal nur für Android. Ich glaube, auch alle funktionieren nur mit Android. Das liegt auch einfach daran, weil Apple da ein bisschen strengere Bedingungen hat. Ich muss auch noch dazu sagen, dass keine dieser Apps im App Store gelistet sind von Google. Sondern man muss die sich alle manuell runterladen. Ja, ich sage da auch noch was dazu, warum das vielleicht so sein könnte und was da für Gefahren lauern könnten. Ja, aber schauen wir uns erstmal das Konzept an. Hier wird auch erstmal mit einem schönen Screenshot geworben, wie viel Geld man damit so machen kann. Ja, 69 Euro ist ja nice. Wir werden ja richtig rich damit. Und das nur mit zwei Nummern im Endeffekt. Wir kriegen hier pro SMS einen Cent. Wenn wir eine SMS Flatrate, also wenn wir da 1000 SMSen oder 2000 SMSen rausballern, ja, dann hätten wir schon ordentlich Geld verdient. Ja, wir sehen hier auch das Tageslimit, was hier eingestellt ist, maximal 100. Können ein Monatslimit einstellen, Wochenlimit, ein Stundenlimit. Und das ist das, was ihr eigentlich seht. Ich habe die App auch auf meinem Handy installiert. Aber da seht ihr nicht viel mehr als das, was man hier eben auch schon auf dem Screenshot sieht. Deswegen verzichte ich da jetzt an der Stelle einmal drauf und zeige euch das auf der Webseite. Ja, also die App versendet SMSen. Was sagen sie offiziell, was sie so für SMSen versenden? Naja, wenn man sich hier mal so ein bisschen durchliest. Ich suche jetzt nicht genau die Passage. Aber im Grunde genommen heißt es hiermit werden Bestätigungs-SMSen versendet. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr bei Facebook zum Beispiel euch anmeldet oder bei eurer Bank euch anmeldet, wird eine MTAN versendet. Das sind Bestätigungs-SMSen und die muss ja die Bank oder Facebook oder wer auch immer, muss sie ja verschicken. Und die sagen jetzt einfach, ja warum versenden wir diese Bestätigungs-SMSen nicht über die Flatrates von irgendwelchen Nutzern? Dann müssen wir deutlich weniger bezahlen, weil hier müssen wir nur 1 Cent bezahlen. Wenn wir das über unseren Anbieter machen, der möchte dafür vielleicht 10 Cent haben. Wenn wir direkt zu einem Mobilfunkanbieter gehen oder 5 Cent. Auf jeden Fall mehr. So und das ist, wie diese Seite eigentlich funktionieren möchte. Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit, denn wir wissen gar nicht, was da genau versendet wird. Wir sehen das auch nicht in unseren gesendeten SMSen. Ich habe eine ähnliche Seite mal ausprobiert und dabei ist mir aufgefallen, Leute schreiben mich plötzlich an, fragen, was will ich von denen und so weiter. Ja, so ganz herausfinden konnte ich leider nicht, was sie eigentlich wollten oder was ich denen angeblich gesendet habe. Also es könnte auch durchaus sein, dass ich denen irgendwelche Spam-SMSen geschickt habe. Und die Nummer irgendwo im Darknet gekauft worden ist von irgendjemandem und der sagt jetzt, ich möchte jetzt diese Nummern alle mit Spam-SMSen oder mit Werbe-SMSen voll spammen. Und ich nutze diesen Service-SIM-Cash dafür, weil ich da anonym SMSen versenden kann an meine ganzen Opfer. Ja, und im Endeffekt würde ich zwar trotzdem mein Geld für diese SMS bekommen, aber wenn ich Spam versende, kann ich mich ja auch im Zweifel strafbar machen. Und das eigentliche Problem dieser Seite ist nicht mehr unbedingt, was sie ursprünglich vorhaben, solche Bestätigungs-SMSen zu versenden. Das wäre ja in keinem Fall strafbar. Ich meine, die SMS wurde angefordert, sie wird versendet, der Kunde bekommt die SMS, die er angefordert hat. Damit sehe ich da erstmal rechtlich kein Problem und das, obwohl ich kein Anwalt bin. Aber ich sage mal so, wenn da jetzt wirklich Werbe-SMSen ungefragt versendet werden, Spam-SMSen, Betrugs-SMSen, alles mögliche könnte darüber laufen. Ja, dann sehe ich da auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem bei diesem Konzept Nummer 1. Nämlich, dass ihr einfach wahllos SMSen rausballert über eure Flatrate und ihr wisst gar nicht, was da genau verschickt wird. Also, das Problem dieser Seite ist die fehlende Transparenz, um es mal in einem Satz zusammenzufassen. Plus, es gibt noch ein weiteres Problem. Ja, jetzt kommt noch ein zweiter Satz dazu. Euer Anbieter verbietet solche Sachen normalerweise in seinen AGBs. Also, ihr dürft gar nicht automatisiert über eure Flatrate SMSen versenden, auch wenn ihr eine Flatrate habt. Die meisten Betreiber verbieten nämlich genau das, dass automatisiert Massen-SMSen verschickt werden. Es kann sein, ich habe da schon einiges zugelesen, dass der Betreiber von euch dann hingeht und sagt, obwohl du eine Flatrate hast, ich berechne dir jetzt für jede SMS, die da rausgegangen ist, 9 Cent im Nachhinein. Weil du gegen die AGBs verstoßen hast. Und das möchte ich jetzt einklagen. Es kann aber auch sein, dass der Anbieter einfach nur sagt, ich kündige dir jetzt deinen Vertrag, weil du gegen die AGB verstoßen hast. Das wäre noch das mildeste, was passieren kann. Aber wenn er dann wirklich einen Preis veranschlagt und du den bezahlen musst, das wäre nicht cool. Gerade wenn dann 3.000, 4.000 SMSen rausgegangen sind und du die 9 Cent pro SMS bezahlen musst. Ja, dann wird es ein teurer Spaß. Und wenn dann noch Spam-SMSen rausgegangen sind und du noch verklagt wirst von irgendjemandem, der auf Betrug reingefallen ist, der über deine Nummer verschickt worden ist, dann hast du noch viel größeres Problem. Ja, soweit die Gefahren. Was kann man damit verdienen? Ich denke, sowas hier in der Art könnte schon sogar realistisch sein. Also man würde wahrscheinlich Gewinn machen mit seiner SMS-Flatrate. Ich habe es mit einem anderen Anbieter getestet, nicht direkt mit SimCache. Ich habe es einfach nur mal ein bisschen laufen lassen, um euch darüber zu berichten. Damit ich das aus erster Hand sagen kann, was einen da eigentlich so erwartet, auf was man sich gefasst machen muss. Wie gesagt, auf irgendwelche Nutzer, die einem dann schreiben, woher hast du meine Nummer, was willst du von mir so ungefähr. Ja, und bisher kam der Anbieter jetzt nicht auf mich zu. Also mein Handy-Anbieter hat gesagt, was sind denn das hier? Warum schickst du so viele SMSen raus? Ich denke, wenn man sich da so in so einem Limit befindet und sagt, ich schicke maximal 10 am Tag raus, dann wird das wahrscheinlich noch nicht mal auffallen, es sei denn, es beschwert sich wirklich jemand und geht damit zur Polizei. Aber ich weise euch nur darauf hin, dass ihr damit definitiv gegen 90% der AGBs von eurem Anbieter verstoßen werdet. Wenn ihr das genau erklären wollt, müsst ihr natürlich mit eurem Anbieter direkt schreiben, ob das für den in Ordnung wäre. Ich gehe aber mal davon aus, dass es eben eher nicht der Fall sein wird. Aber kommen wir zurück zum Verdienst. Also man kann damit wahrscheinlich ganz, ganz locker die SMS-Flatrate rausholen. Bei dem Anbieter ist es übrigens so, dass man den Preis, den man nimmt pro SMS, pro versendeter SMS, dass man den selber festlegt. Man kann also sagen, ich möchte einen Cent haben, dann kriege ich vielleicht nicht ganz so viele SMSen, die ich versenden darf. Wenn ich aber sage, ich nehme 0,5 Cent, also einen halben Cent, dann kriege ich vielleicht deutlich mehr SMSen, die versendet werden. Und dann macht es am Ende einfach die Masse. Also ihr könnt das selbst ein bisschen steuern. Ihr könnt auch sagen, ich nehme 5 Cent, möchte aber maximal auch nur 5 SMSen pro Tag rausgesendet haben, damit ich mir dann meine Flatrate verdienen kann und 5 fällt eh nicht auf. So eine Taktik könnte man prinzipiell auch fahren. Ist dann halt die Frage, ob man überhaupt dann SMSen zugeteilt bekommt, die man versenden darf. Oder eben auch am Ende vielleicht sogar gar nichts. Das Geile, sage ich jetzt mal an dem Anbieter oder auch an diesen drei Seiten ist, die Auszahlung funktioniert vollständig auch in Kryptowährungen oder auch auf eurem Paypal-Account. Also ihr könnt euch bei allen Seiten Bitcoin auszahlen lassen, auf der Seite sogar Ripple auszahlen lassen. Also auch diverse Kryptowährungen stehen hier als Auszahlungsmethoden zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist, dass es vollständig passiv funktioniert. Ihr müsst es einmal einrichten. Die App muss dauerhaft laufen, ja, aber im Grunde genommen ist es danach vollkommen passiv. Jetzt habe ich euch einerseits über die Gefahren, andererseits aber auch über ein paar Vorteile informiert. Im Großen und Ganzen werde ich es auf jeden Fall nicht benutzen, weil die Gefahren einfach überwiegen. Ich vergleiche das jetzt hier gerne mit Honeygain und sage, ja, es kann alles auch komplett legit sein, aber es ist mir einfach zu intransparent und die Gefahr, dass mein Anbieter mir dann die SMS im Nachhinein berechnet, das ist mir auch einfach das nicht wert. Und ich will auch nicht von irgendwelchen Leuten belästigt werden, die ich dann angeblich belästigt habe. Da habe ich auch einfach keine Lust drauf. Ihr werdet trotzdem zu dieser Seite einen Rev-Link in der Beschreibung finden. Ich weise euch nur schon mal darauf hin. Das bringt euch bei, ich glaube sogar bei allen drei Seiten einen Startbonus, wenn ihr diesen Link verwendet, weil ich euch das gerne vollkommen freistellen möchte, ob ihr diesen Anbieter nutzt, auch wenn ich ihn persönlich nicht benutze. Ich sage dazu auch nochmal ganz am Ende des Videos was dazu. So, was ist das zweite Konzept? Das zweite Konzept, das läuft hier über Money SMS. Das ist sogar eine Firma aus Deutschland. Wir finden dazu sogar unten auf der Seite ein kleines Impressum. Wenn wir hier mal in die Privacy Policy gehen, dann finden wir hier eine Firma, die ihren Sitz in Hamburg hat. Also es sieht so aus, als könnte das sogar halbwegs legit sein, was hier abgeht, weil es einfach über einen deutschen Anbieter läuft. Und im Zweifel könnt ihr mit dem Finger auf den Anbieter zeigen und sagen, der war das. Ich war es nicht, ich habe nur diese Plattform genutzt. Wie funktioniert das zweite Konzept? Kommen wir erstmal darauf zu sprechen. Ihr braucht dafür gar keine SMS Flatrate. Was ihr im Grunde dafür braucht, ist nichts weiter als eine Nummer, eine Handynummer. Ein Handy, was SMS empfangen kann. Und mit einer kleinen Einschränkung, zumindest bei diesem Anbieter. Es ist so, dass nur bestimmte Anbieter phasenweise mit aufgenommen werden. Was geben die vor? Was sie tun? Ihr bekommt einfach Test-SMSen zugesendet. Deswegen braucht ihr keine Flatrate. Ihr kriegt SMSen zugesendet. Also einfach nur Textnachrichten, die von dieser App ausgewertet werden. Angeblich brauchen das irgendwelche Netzbetreiber, um die Wege zu checken, ob die SMSen dann schnell genug ankommen und so weiter. Wobei ich die Rolle der SMS in Deutschland jetzt nicht mehr so hoch hängen würde, dass man da so viele Test-SMSen verschicken müsste. Ja, nur unsere eigenen Test-SMSen. Bla, bla, bla. Also ich fasse euch das mal zusammen. Ich gehe nicht auf die einzelnen Parts ein, so wie eben, sondern ich fasse euch zusammen, was diese Anbieter macht. Auch diesen Anbieter habe ich getestet. Dieses Konzept habe ich getestet und sogar explizit den Anbieter. Wie gesagt, ich habe das auf meinem Zweit-Handy installiert mit einer Zweit-SIM-Karte von einem Anbieter, wo die gesagt haben, ja, diesen Anbieter suchen wir persönlich noch, um unsere Test-SMSen zu verschicken. Da habe ich mir also extra eine SIM-Karte von einem Anbieter bestellt, wo ich vorher gar nicht war. Nur, um mich bei Money SMS anzumelden. Auch diese APK findet ihr nicht im offiziellen Play Store. Müsst ihr euch herunterladen und dann installieren. Nun, schon mal dazu was. Ich erwähne am Ende nochmal, was zu dieser ganzen APK-Geschichte, warum das so sein könnte. Ja, die sagen sogar, sie haben schon relativ viel ausgezahlt, schon über 3 Millionen Test-SMSen versendet, ganz viele Nutzer und so weiter. Ja, aber ich habe es getestet. Ich kann euch sagen, was da für SMSen ankommen. Das sind SMS-Nachrichten von Snapchat, von Google, von Facebook, von Instagram. Ich habe das Gefühl, dass über meine Handynummer ein Account erstellt worden ist, bei diesen Anbietern. Und das war die Bestätigungs-SMS, um zu bestätigen, dass dahinter sich eine Nummer verbirgt. Das nutzen ja mittlerweile viele Anbieter und ohne eine Mobilfunknummer bekommt man gar kein Account mehr dort. Ja, und ich habe das Gefühl, dass dafür meine Nummer verwendet worden ist, um fremden Leuten, die ich nicht kenne, einen Account zu eröffnen. Das kann auch eine riesengroße Gefahr sein. Ich sage das aber alles komplett unter Vorbehalt, weil es könnte ja auch sein, dass die einfach nur eine Test-SMS von Facebook, Instagram und so weiter angefordert haben. Aber ich persönlich hatte das Gefühl, ohne es wirklich komplett nachweisen zu können, aber die SMSen kamen nachweislich von diesen Anbietern. Das kann ich sagen. Aber ich hatte das Gefühl, dass darauf eben Accounts erstellt worden sind. Ja, ob das jetzt stimmt, das Bild kann sich jetzt jeder selber machen mit den Informationen, die ich gegeben habe. Für mich hat das so zumindest mehr Sinn ergeben, weil ich kenne auch Online-Services, die anbieten, zum Beispiel, dass ich eine SMS in der Türkei empfangen kann, um mir ein Netflix-Account in der Türkei zum Beispiel zu erstellen, weil da kostet das Netflix-Abo nur ein Zehntel. Solche Einsatzzwecke gibt es ja durchaus, wo Leute sagen, ich brauche mal schnell so eine türkische Nummer, um mir diesen Netflix-Account vergünstigt zu kaufen. Und so in der Art hatte ich das Gefühl, dass eben dieser Service hier funktioniert. Hier werdet ihr auch pro SMS bezahlt. Da gibt es einen festen Satz, was ihr pro SMS erhaltet. Das sieht dann in etwa so aus. Ich finde jetzt nicht genau das Bild, aber ihr erhaltet 2 Cent pro SMS, pro empfangene SMS. Ihr könnt ja auch komplett einsehen, welche SMS ihr empfangen habt. In der Hinsicht ist es ein klein wenig transparenter, aber auch nicht transparent genug, um zu sagen, dass ich das vollständig empfehlen könnte. Wie gesagt, auch hier sehe ich die Gefahr, irgendjemand erstellt einen Facebook-Instagram-Account, was auch immer, macht damit Bullshit und es fällt am Ende auf euch zurück. Die Gefahr sehe ich hier an der Stelle. Die mögen auch alle auszahlen, die mögen auch alle einwandfrei funktionieren. Hier bekommt ihr auch die Auszahlung ab 2 Euro auch in Bitcoin möglich. Alles sehr cool, alles komplett passiv. Die App läuft im Hintergrund einmal erstellt und das läuft. Und ihr müsst noch nicht mal Geld in eine Flatrate stecken. Ihr braucht einfach nur euch irgendwo eine kostenlose SIM-Karte zu bestellen, die ein Handy zu machen, eine App zu installieren, fertig aus. Aber mir ist es wichtig, dass ihr das gesamte Bild bekommt und nicht, dass ich euch das alles als wunderschön verkaufe und ihr könnt so viel Geld damit machen. Nein, ich möchte euch sagen, ehrlich darüber aufklären, was hier Phase ist und was sein könnte. Auch hier gibt es einen kleinen Startbonus, wenn ihr meinen Link verwendet. Ich packe euch den wie immer in die Kommentare und in die Beschreibung. Und ihr müsst jetzt wieder selbst entscheiden, ob euch das das Risiko wert ist. Man kann hier erfahrungsgemäß schon einiges an Geld machen. Die niedrige Auszahlungsgrenze ist auch cool. Und ihr müsst 0 Cent investieren. Wie gesagt, die SIM-Karten gibt es umsonst, die ihr dafür wahrscheinlich brauchen werdet. Einmal eingerichtet und das Ganze läuft. Wie gesagt, der Vorteil hier ist, deutsche Firma, vielleicht könnt ihr dann, wenn irgendwas passieren sollte, einfach auf die Firma verweisen und sagen, die haben das gemacht und nicht ich. Müsst ihr jetzt einen Anwalt bewerten, wie das Ganze dann rechtlich aussieht. Ob ihr dann dafür belangt wird oder der Anbieter oder vielleicht auch beide. Dazu kann und will ich nicht sagen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo einen, der rechtlich da ein klein wenig mehr Ahnung von hat. So kommen wir zum letzten Anbieter. Dazu erzähle ich jetzt nicht mehr so viel. Nur so viel dazu, dass das eine Alternative zu Money SMS ist. Es ist einfach ein internationaler Anbieter, der aber im Grunde das gleiche macht. Bisschen niedrigerer Payout-Schwelle hat. Hier bekommt ihr 0,02 US-Cent pro SMS ab 1,50 Dollar wird ausgezahlt. Und hier gibt es keine Anbieter-Beschränkung. Also ihr könnt wirklich jede Nummer für SMS-Profit benutzen. Auch hier gibt es einen Startbonus. Link ist in der Beschreibung. Hier sehe ich die gleichen Gefahren wie bei dem anderen Anbieter. Die gleichen Chancen. Ihr müsst entscheiden, ist es euch das wert, ja oder nein. So, jetzt sage ich noch was zu der APK-Geschichte. Ja, ich habe ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit Google-Listings im App Store gemacht. Und auch meine Apps, sowohl meine Kanal-App als auch meine anderen Apps, wurden alle aus dem App Store entfernt. Und das, obwohl die gar nicht schlimm waren. Das andere war ja nur eine Kanal-App. Da hat Google ein Problem mitgehabt, weil da irgendwie YouTube drin vorkommt. Und das fanden die zwei Jahre in Ordnung. Und plötzlich habe ich eine E-Mail bekommen. Die App ist aus dem App Store entfernt worden. Weil ich den Namen YouTube verwende. Oder das YouTube-Logo. Oder Services von YouTube. Wie auch immer. So genau wollten die mir das gar nicht erklären. Auf jeden Fall wurde die App entfernt. Auch eine weitere App wurde entfernt. Das war eine Web-App. Die fanden die auch nicht schön, weil, ja, passt uns nicht. Also, Google zensiert mittlerweile ganz gut. Sowohl auf YouTube als auch im App Store, was das angeht. Da wird also viel entfernt. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann fliegt die App einfach raus. Und so eine App zum, ja, Geld verdienen mit intransparenten Geschäftspraktiken, sage ich mal, die werden generell nicht im Play Store landen. Das ist einfach so. Also, sowas findet keinen Weg in den Play Store. Google wird sowas direkt entfernen. Und das ist der Grund, warum die nicht im Play Store sind. Einerseits könnte man jetzt sagen, das zeigt doch schon, wie illegal das alles ist. Ja, aber komm, meine YouTube-Kanal-App war jetzt auch nicht so illegal oder so schädlich irgendwie für irgendwelche Leute. Oder wie auch immer. Also, da würde ich noch nicht mal unbedingt sagen, ja, nur weil es die nicht im Play Store gibt, sind die komplett nicht vertrauenswürdig. Ja, also da muss man sich so ein bisschen sein eigenes Bild zu machen. Testet die App. Es gibt auch Viren-Scanner für Android, ihr könnt die APKs überprüfen. Ihr legt sowieso beim Installieren die Berechtigung fest, auf was das alles zugreifen darf. Und mein Tipp, wenn ihr es wirklich benutzen wollt, nehmt euer Zwei-Dritt-Handy, euer Samsung Galaxy S2 oder was auch immer, was ihr in der Schublade vergammelt und dann macht es so. So, ja, jetzt kommt noch mein Fazit zu der ganzen Geschichte. Von meiner Seite aus gibt es keine wirkliche Empfehlung dafür. Für mich sind die Risiken zu hoch. Ich sage euch ganz ehrlich, ich benutze es nicht oder nicht weiter. Trotzdem finde ich das Konzept an sich ganz interessant, weil, naja, passiv Geld verdienen, das passt einfach auf diesen Kanal. In Kryptowährungen auszahlen, das passt doppelt auf diesen Kanal. Deswegen wollte ich es auch mal zeigen und weil es eben, ja, zahlreiche Diskussionen in der Community darüber gab. Und ich sage mal, solange es keine wirklich transparente Alternative dazu gibt, werde ich auch kein weiteres Video dazu machen. Dann bleibt es bei diesem einen Video. Vielleicht ergänze ich noch ein paar Seiten, die mir jetzt noch genannt werden, in der Beschreibung und in den Kommentaren, sodass ihr einfach mal alle Anbieter auf einen Schlag habt. Aber ich werde kein weiteres Video zu der Thematik machen. Es sei denn, es gibt ein neues Konzept oder es gibt ein transparentes Konzept oder, ja, irgendwas in der Form, wo ich dann sagen würde, jetzt würde ich es empfehlen, jetzt lohnt es sich nochmal was dazu zu machen. Aber sonst bleibt es dann erstmal bei diesem einen Video. Ich hoffe, eure Anfragen haben sich damit zum Großteil geklärt. Und ihr fandet das Video interessant. Ja Leute, das war es heute mit dem Video für diesen Samstag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mal zugesehen habt. Jetzt würde mich wie immer eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren interessieren. Also sagt ihr jetzt nach meinem Video, hm, das ist was für mich oder sagt ihr eher so, nein, auf gar keinen Fall, nicht für das Geld. Meine Meinung dazu habt ihr ja bereits im Video gehört. Also ich werde das Ganze nicht aktiv nutzen. Aber auch zum Thema Honeygain gab es einige Leute, die gesagt haben, ja, ich möchte das Risiko trotzdem eingehen für dieses Geld. Das muss am Ende wirklich jeder selbst entscheiden. Ich stelle wie immer hier auf meinem Kanal nur alle möglichen Konzepte vor, die es so gibt. Alle möglichen Möglichkeiten Geld zu verdienen. Ob ihr das macht, ich mache auch nicht alles davon. Ich bin so ehrlich, ich sage euch das. Aber ich möchte es gerne für die Leute vorstellen, für die es vielleicht interessant sein könnte. Und das ist einfach, ja, wie ich meinen Kanal hier gestalte. Das auf jeden Fall für jeden was dabei ist. Ich hoffe, ihr wisst das auch zu schätzen. Wenn ihr sagt, ja, ich weiß das zu schätzen, dann gebt mir gerne mal einen Daumen nach oben. Gebt mir auch gerne Feedback zu dem Video in den Kommentaren. Ich freue mich wie immer sehr darüber. Abonniert mich auch gerne, wenn ihr noch nicht mein Abonnent seid. Und wenn ihr schon mein Abonnent seid, aber noch nicht auf die Glocke gedrückt habt, dann drückt unbedingt auf die Glocke, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Samstag und würde sagen, wir sehen uns gleich morgen um 18 Uhr wieder. Also macht's gut, Leute. Bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal.